Willkommen zum Video vom Automagazin TuningBlog. Heute geht es um den Cadillac Celestic, ein Luxus-Elektroauto, das den Schritt vom Showcar zur exklusiven Kleinserie geschafft hat. Cadillac bringt mit dem Celestic nicht nur ein neues Modell, sondern ein klares Statement in die Welt der automobilen Oberklasse. Das einstige Konzeptfahrzeug wird nun in einer limitierten Auflage von lediglich 25 Exemplaren produziert. Ein mutiger Schritt, der die US-Marke im Luxussegment der Elektromobilität neu positionieren soll. Technisch wartet der Celestic mit beeindruckenden Daten auf. Rund 662 PS treiben das Fahrzeug an, das mithilfe von zwei Permanentmagnet-Elektromotoren und einem massiven Akku mit 111 kWh Kapazität in etwa 4 Sekunden auf 100 kmh beschleunigt. Das maximale Drehmoment liegt bei stolzen 875 Nm. Eine Reichweite von bis zu 480 km, ein adaptives Luftfederungssystem, Magnetic Ride Control und eine aktive Wankstabilisierung sorgen für ein komfortables und zugleich dynamisches Fahrerlebnis. Optisch ist der Celestic eine Hommage an Cadillacs glorreiche Vergangenheit, ohne dabei nostalgisch zu wirken. Das Design lehnt sich an klassische Linien aus den 1930er bis 1960er Jahren an, interpretiert sie aber auf moderne Weise. Die LED-Lichtsignatur an der Frontpartie, die an der Motorhaubenkante entlangläuft, wirkt futuristisch und hochwertig. Scheinwerfer mit 1,3 Millionen Pixeln je Seite, die sogar animierte Willkommensgrüße projizieren können, unterstreichen den technologischen Anspruch. Die Proportionen des Fahrzeugs orientieren sich an der Oberklasse europäischer Luxusmarken mit einem Radstand, der knapp unter dem eines Rolls-Royce Phantom mit Standardradstand liegt. Großzügige 23-Zoll-Schmiederäder mit dezenten schwarzen Akzenten fügen sich harmonisch in das elegante Gesamtbild ein. Die geschwungene Dachlinie erinnert an ikonische Modelle aus Cadillacs Historie, etwa an das Coupé Deville und lässt gleichzeitig den Blick über die Seitenlinie schweifen wie über ein fahrendes Kunstwerk. Im Innenraum setzt Cadillac auf eine kühne Designphilosophie mit einem riesigen durchgehenden Touchscreen von 1,4 Metern Breite. Ergänzt wird dieser durch separate Displays für Klimasteuerung und Entertainment in Front- und Rücksitzen. Formpassagiere haben über eine eigene Konsole Zugang zu umfangreichen Einstellungen. Edle Lederbezüge, moderne Verarbeitungsqualität und eine Dolby Atmos Audioanlage mit 38 Lautsprechern schaffen eine Atmosphäre, die man eher in einem privaten Salon als in einem Automobil vermuten würde. Technisch stützt sich der Celestic auf die vielseitige GMB V3-Plattform, die auch für Modelle wie den Cadillac Lyric oder den Honda Prologue genutzt wird. Die Schnellladeleistung von 200 Kilowatt ermöglicht es, in kurzer Zeit Energie für viele weitere Kilometer zu laden. Zusätzlich setzt Cadillac auf modernste Fertigungsmethoden. 115 Bauteile werden im 3D-Druck hergestellt, was ein Höchstmaß an Individualisierung erlaubt. Jedes Fahrzeug wird per Hand im Global Technical Center von General Motors in Michigan gebaut, ein handgefertigtes Unikat, das die Exklusivität unterstreicht. Der Preis für diese automobile Skulptur liegt bei rund 350.000 US-Dollar, was etwa 320.000 Euro entspricht. Trotz des hohen Preises ist der Großteil der für das Jahr 2025 geplanten Fahrzeuge bereits reserviert. Cadillac plant eine Fortsetzung der Produktion im Jahr 2026. Mit weniger als zwei Fahrzeugen pro Tag bleibt die Exklusivität gewahrt. Der Celestic ist nicht nur Cadillacs erstechtes Flaggschiff seit Jahrzehnten, sondern auch ein direkter Angriff auf die Dominanz europäischer Marken wie Rolls-Royce, Bentley und Maybach im Luxussegment. Aktuell hat nur Rolls-Royce mit dem Spectre ein vergleichbares Elektromodell im Angebot. Ein Umstand, der dem Celestic eine besondere Stellung verleiht. Die Kombination aus Handwerkskunst, modernster Technik, individuellem Design und traditionsreicher Markenidentität macht den Celestic zu einem einzigartigen Fahrzeug, das sich deutlich von konventionellen Luxusautos abhebt. Wenn Cadillac jemals wieder an den Glanz vergangener Zeiten anknüpfen wollte, dann ist der Celestic genau das richtige Modell dafür. Der Link zum Nachlesen des Artikels befindet sich in der Videobeschreibung. The Celestic represents more than just a bold new addition to the Cadillac lineup. It's a result of a thoughtful approach to electrification and personalization. A dramatic shift in design with a name that pairs the otherworldly with human intelligence. Reviving the coach-built legacy of Cadillac, each Celestic will be a custom commissioned celebration of you and your originality. In a design sense, the Celestic will deliver in three distinct ways. By making a magnetic first impression, eliciting feelings of discovery and fascination, and creating a unique personal connection with the client. The immediate reaction is based entirely on the exterior form. The elegant fluidity of the uninterrupted feature line carries your eye from front to back. The boldness of the grille and the vertical lighting signatures flowing seamlessly into the sloping windshield. It's the striking minimalistic sophistication that gives an air of ultra-luxury futurism. And inside, you'll find each surface engages the senses. From the extensive use of genuine metals to the custom colored leather. Technology punctuates the experience. The Reelwood door panels serve not only as beautiful decorative surfaces, but also as a state-of-the-art speaker. A crowning achievement is an immense smart glass roof with four-zone suspended particle device technology that can also be made clear to give unencumbered views of the heavens. Finally, the design process will set a new automotive standard, allowing clients to work alongside the design team to customize multiple aspects, nurturing a personal connection unlike any other. Meaning Celestic is more than a unique piece of art. It's a live experience full of discovery. I can't wait for you all to see this truly artistic expression come to life. 되지 just for you, you have sexes from the law toa toa toa, what are your weapons and your Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.